Charakter und Eigenschaften des Sternzeichen Skorpion Skorpiongeborene haben Geburtstag vom 24.10. bis 22.11. und haben folgende Eigenschaften. Der Skorpion ist ein sehr leidenschaftlicher und kampfeslustiger Mensch, der in aller Regel keine Kompromisse eingeht und niemals halbe Sachen macht. Er will alles bis ins kleinste Detail ergründen und durchleuchten und auch noch dem dunkelsten Geheimnis auf die Spur kommen. Dabei schreckt er wirklich vor nichts zurück, was ihn bisweilen zu einem unbequemen Zeitgenossen macht. Diplomatie gehört demnach ganz bestimmt nicht zu seinen Stärken, denn er hält sich grundsätzlich nie mit seinen Kommentaren und Bemerkungen zurück. Für Unehrlichkeit und Verschlossenheit hat er kein Verständnis. Und wer sich ihm gegenüber so präsentiert, fällt bei ihm sofort in Ungnade. Der Skorpion und seine Persönlichkeit Auch wenn Menschen mit dem Sternzeichen Skorpion nach außen hin etwas gefühlskalt wirken, kann man sicher sein, dass sie ein sehr tiefgründiges und gefühlsintensives Innenleben haben. Tatsächlich prägen Leidenschaft und Emotionalität das ganze Leben eines Skorpions. Doch er drückt seine Gefühle auf seine sehr eigene und spezielle Art aus. Zudem ist ein Skorpion sehr verschwiegen und kann ihm anvertraute Geheimnisse gut für sich behalten. Skorpione gehen alle Aufgaben sehr energisch und unerschrocken an und meistern damit sämtliche Herausforderungen mit Bravour. Sie sind starke, leidenschaftliche Menschen, die in allen Lebenslagen vorangehen und mit diesen Fähigkeiten die geborenen Führungspersönlichkeiten sind. Das Sternzeichen Skorpion steht unter dem Einfluss des Planeten Pluto. Dieser sich nur sehr langsam drehende Planet gibt dem Skorpion die für ihn typische Kraft und Ausdauer und ein tiefes Verständnis für das Universum und das Leben. Skorpione können aber auch sehr undurchsichtig, unversöhnlich und ungeduldig sein. Und deshalb sollte man sie nie belügen oder unnötig provozieren. Denn wenn sie einem Menschen einmal misstrauen, wird das vermutlich immer so bleiben. Skorpione müssen daher lernen, dass Menschen unterschiedliche Charakterzüge haben und dass man sie nicht nur in Gut und Böse oder Schwarz und Weiß kategorisieren kann. Der Skorpion mit seinen Stärken und Schwächen Ein Mensch mit dem Sternzeichen Skorpion ist sehr tiefgründig und sucht ständig nach einer höheren Wahrheit im Leben. Er ist leidenschaftlich und willensstark und verfolgt seine Ideale mit nahezu fanatischem Eifer. Mit seiner geheimnisvollen und starken Ausstrahlung fällt es dem Skorpion leicht, andere in seinen Bann zu ziehen. Egoismus ist ihm fremd und für gewöhnlich verfügt er über eine gute Selbstbeherrschung, die ihn nur dann im Stich lässt, wenn ihm übel mitgespielt wird oder wenn er sich zu sehr für eine Sache begeistert. Ein Mensch, der im Zeichen Skorpion geboren ist, wirkt in bestimmten Situationen auf andere Menschen kühl und grausam, wobei sich diese vermeintliche Grausamkeit normalerweise nicht täglich äußert, sondern als verbaler Ausdruck seiner verzweifelten Suche nach Wahrhaftigkeit und Tiefe verstanden werden sollte. Der Skorpion neigt zu Rachsucht und ist nach dem Streit nur schwer versöhnlich, der er es nicht verträgt, wenn seine Ideale infrage gestellt oder kritisiert werden. Der Skorpion in der Freundschaft und Liebe Unter der undurchdringlichen Schale des Skorpions gibt es eine Fülle von Emotionen und Geheimnissen zu entdecken, was für einen Partner eine echte Lebensaufgabe sein kann, denn er wird immer wieder auf neue überraschende Seiten an diesem unerkundlichen Menschen entdecken. Der Skorpion ist das sinnlichste und leidenschaftlichste Zeichen, das der Tierkreis zu bieten hat. Die Intimität und das Vorspiel fangen für ihn bereits außerhalb des Schlafzimmers statt und wenn der Skorpion einmal Vertrauen in einen Partner gefasst hat, ist er ihm gegenüber grenzenlos loyal und treu bis in den Tod. Wer das Vertrauen des Skorpions genießt, sollte keinesfalls leichtfertig damit umgehen. Menschen mit dem Sternzeichen Skorpion sind sehr eifersüchtig und wer sie einmal hintergangen hat, dem entziehen sie für immer ihr Vertrauen. Deshalb legen Skorpione bei ihrer Partnerwahl auch sehr großen Wert auf Ehrlichkeit. Außerdem muss ihr idealer Partner intelligent sein und langmütig genug, um die Eigenheiten dieses komplizierten Wasserzeichens zu tolerieren. Der Skorpion hat sehr viel Familiensinn und ist in der Regel auch das unangefochtene und tonangebende Familienoberhaupt. Einen fairen und ehrlichen Umgang wünscht sich der Skorpion auch von seinen Freunden und auch dort fühlt er sich in einem intellektuellen Umfeld sehr wohl. Ein Mensch mit dem Sternzeichen Skorpion ist geprägt von seinem starken Willen. Er lebt in einer Welt der geistigen Bilder, der Vorstellungen und Ideale, auf die er sich so fixiert, dass er ständig versucht ist, die Realität an seine Vorstellungen anzupassen, anstatt es umgekehrt zu handhaben. Er ist auch eher bereit, für seine Ideen durchs Feuer zu gehen, als sie wieder aufzugeben. Für das, was ihm wichtig ist, nimmt der Skorpion auch Leid in Kauf, auch wenn dafür vielleicht gar keine Notwendigkeit besteht. Mit derselben Härte, mit der er gegen die eigenen Empfindungen und Gefühle vorgehen kann, kann er natürlich auch gegen jeden anderen vorgehen. Sein Zynismus ist gefürchtet und er erkennt instinktiv immer ganz, genau, wo die verwundbare Stelle seines Gegners ist, um mit seinem tödlichen Stachel genau dorthin zu zählen. Wer einen Skorpion zum Feind hat, weiß, dass das kein Spaß ist. Was macht das Sternzeichen Skorpion so wertvoll? Ein Mensch mit dem Sternzeichen Skorpion sucht unter der Oberfläche nach den Dingen, die nicht stimmen und leuchtet dabei tatsächlich jede dunkle Ecke aus. Im Zuge dessen zerrt er Dinge ans Tageslicht, bei denen die meisten Menschen lieber wegschauen oder ihre Nase rümpfen. Grundsätzlich haben Menschen mit dem Sternzeichen Skorpion die Fähigkeit, anderen mit ihrer Stärke und ihrer Unerbittlichkeit durch Krisen zu helfen und damit einen heilenden Einfluss auf sie auszuüben. Gerade dadurch, dass sie so konsequent und scheinbar brutal alles Krankmachende aufdecken, öffnen sie sich und anderen die Tür zu einer heileren Welt. Er ist eifersüchtig, zynisch, vorsichtig, grüblerisch, nachtragend, unduldsam, besitzergreifend, rücksichtslos und rachsüchtig. Er ist hilfsbereit, verlässlich, kreativ, ruhig, humorvoll, intelligent, kontaktfreudig, leidenschaftlich, tiefgründig, ehrgeizig, feinfühlig, entschlossen, verschwiegen, geschickt, scharfsinnig und ausdauernd.